Hey, hey, hier ist der Wampen-Dribbler und ihr hört Minga von 95. Wir brauchen für diese Woche kein Intro, denn die Fortuna hat nach dem Aufnahme das aktuellste Spiel gegen Schalke gewonnen. Wir sind gut drauf und wir wollen mit euch natürlich nicht nur über das Spiel in Gelsenkirchen sprechen, sondern auch über die Niederlage gegen Leverkusen, den 2-1-Sieg gegen Nürnberg. Und natürlich haben wir noch die eine oder andere News für euch. Minga von 95, das bin natürlich nicht nur ich alleine, sondern wie immer dabei ist mein gestolzer Co-Host, unser Fortuna-Experte, der Micha aka Schiransky8 auf dem Twitter-Maschinen. Howdy allerseits. Wir wollen einmal kurz durch die Spiele gehen. Man hat gegen Leverkusen 2-0 verloren. Fortuna spielte in einem 4-2-3-1. Leverkusen machte das 1-0, die Absitzfalle hat nicht ganz geklappt. Und Havertz schiebt dann ein und dann fällt irgendwann das 2-0. Aber Fortuna, ja, man hat zwar mitgespielt, aber Leverkusen war tatsächlich die bessere Mannschaft. Leverkusen gewinnt, verdient. Ja, das war halt so ein Spiel, wo man, glaube ich, gemerkt hat, wo man gemerkt hat, Fortuna hat es ja nicht abgeschenkt. Aber das war so ein Spiel, wo es eigentlich komplett egal war, weil vorher die Konkurrenz auch schon verloren hat. Und deswegen war es dann irgendwie so, ja, Leverkusen war halt knallhart besser. Ja, und dass man dann nichts geholt hat, war dann auch egal, weil es in der Tabellensituation nichts geändert hat. Was ich krass fand bei dem Spiel war halt Mitchell Weiser, der sich bei einer Aktion auf dem Flügel durchkämpft, wird dann getroffen. Aber anstatt dann irgendwie sich fallen zu lassen und zu lamentieren, dass das ja ein Foul war, kämpft er sich weiter durch, verliert dann doch noch den Ball. Und dann hat der Schiri halt gefiffen, dass es halt ein Foulspiel war. Und meines Erachtens nach soll es halt genauso sein, dass man sich nicht fallen lassen muss, um den Freistoß zu kriegen. Weil der Schiri hat es schon gesehen, dass der Weiser getroffen wurde. Aber der hat es halt trotzdem versucht, noch an den Ball zu kommen. Und als er den Ball dann nicht bekommen hat, hat der Schiri dann trotzdem Freistoß gefiffen, ohne dass er sich hat sich wenden müssen und schreien müssen, dass es ja alles so brutal war und er fast stirbt. Genau, Mitchell Weiser, klasse Typ. Speziell nach seiner Kieferoperation fällt er mir jetzt eindeutig besser. Was meinen Sie denn mit Kiefer? Der hat sich den Kiefer verkleinern lassen. Also hat der nicht mehr so ein Pferdegebiss wie früher? Doch, aber nicht mehr so ganz. Die Zähne sind jetzt gerade und der Kiefer ist ein bisschen kleiner und sieht alles nicht mehr ganz so aus, als hättest du gerade ein Pferd vom Schlachter abgeholt. Ich sag mal so, es ist nicht böse gemeint, aber ich finde, Mitchell Weiser hat einfach eine Hackfresse. Es sagt ja nichts über seine fußballischen Qualitäten aus, aber ja, deswegen lobe ich ihn trotzdem, obwohl ich ihn auf einigen Bildern unvorteilhaft finde. Also im Spiel gegen Nürnberg war Pereira in vielen Forumen am Ende des Spielers des Spiels. Ja, das ist aber Ironie. Bist du dir sicher, denn seine Aktion in der zweiten Minute, die war einfach eins zu eins aus meinem Leben in der siebten Klasse genommen. Irgendwer schubst dich und du gehst einfach hin und vor dem Lehrer haust du ihm einfach rein in die Eier und du bist dann am Ende der, der den Arschtritt kriegt. In dem Fall flog er danach zwei Minuten wegen Natur-Tätigkeit. Lappar hier raus, also es war echt Hammer. Ja, das ist eine Tätigkeit und vielleicht streichelt er nur das linke Ei vom Gießenmann, keine Ahnung, das kann man in der Zeitlupe nicht genau sehen, aber es ist einfach, ja, keine Ahnung, der haut dem Gießenmann halt in die Eier, der Video-Assistent-Referee schickt den Steckmann raus und der muss dann halt rot geben. Es ist einfach dumm und, keine Ahnung, dass Nürnberg, die haben es eigentlich gut gemacht, die haben gut verteidigt, die haben gut mitgespielt. Das Tor von Löwen, das 1-0, das war das Tor des Jahrzehnts, der Nürnberger Vereinsgeschichte. Ich habe keine Worte dafür. Nürnberg hätte, also theoretisch, wie die gekämpft haben, hätten ihn Punkt verdient gehabt. Also sage ich aus neutraler Sicht, aber wenn du so dumm bist und 90 Minuten dann mehr oder weniger mit zehn Mann nur spielst, dann hast du die Niederlage eindeutig verdient und Fortuna konnte das dann auf jeden Fall auch da den Sack zumachen. Ich sage mal so, wenn man die Glocken läuten will, aber es nicht Weihnachten ist, dann verdient man auch eine Niederlage. Ja, wie gesagt, Fortuna hatte dann in der 62. brauchte einen Doppelwechsel und der schien so ein bisschen für Erfolg zu sorgen. Duxentailings räumten so ein bisschen im Strafraum auf und dann fiel natürlich das 1-1, nachdem da ein bisschen Chaos war, macht er dann Everton nach einer coolen Flanke von Luge Bakio das eigene Tor. Er trifft den Ball halt dann irgendwie unglücklich und er kommt natürlich dann in der 84. die Ecke von Stöger und der Eihahn läuft da perfekt rein in den kurzen Pfosten und sobald er den berührt, kannst du das nicht mehr verteidigen, der köpft den Eihahn ein. Eihahn eindeutig für mich in dem Nürnberg-Spiel Man of the Match und Fortuna ackert sich halt zum Sieg. Man hat halt 75% Ballbesitz, das Vereinsrekord und man hat auch keine Ideen gehabt. Friedhelm Punk hat später gesagt, ja, also meine Mannschaft ist limitiert, wir sind eigentlich ein Absteiger. Jungs sind es nicht gewohnt, aber die haben sich super angepasst an die Situation und deswegen haben die dann gewonnen. Michalai, deine Einschätzung? Ich glaube, das war sogar keine Ecke, sondern ein Freistoß am Rand vom 16er, aber Eihahn läuft dann halt in den freien Raum und kriegt den Ball dann perfekt auf den Kopf und der muss den dann aus drei Metern nur noch reinnicken und der ist dann nicht mehr zu verteidigen in dem Moment, wo Eihahn den Ball an den Kopf kriegt. Da hat sich Nürnberg ein krasses Eigentor geschossen mit der roten Karte direkt am Anfang. Im Laufe des Spiels habe ich mir gedacht, so ja, okay, nachdem das Eigentor gefallen ist, dachte ich mir so, okay, unentschieden gegen Nürnberg ist vertretbar, Hauptsache man verliert nicht und ja, am Ende hat Fortuna nochmal aufgedreht, weil Nürnberg stand ja auch gefühlt nach der roten Karte mit neun Mann im eigenen 16er, so dass man einfach nur außenrum hat spielen können und flanken können und gefühlt ist auch kaum eine Flanke eigentlich an Mann gekommen, weil die Nürnberger das gut verteidigt haben und alles rausgeküpft haben, aber so ist es halt mal, dass man, manchmal hat man halt Pech und dann will man den Ball klären und dann geht der ins eigene Tor und das ist halt das Glück, was Fortuna jetzt im zweiten Teil der Saison hat, dass dann so Spiele halt dann für Fortuna laufen, was halt Anfang der Saison oder im Hinspiel gegen Nürnberg war es ja ungefähr auch so ein Spiel, wo man dann 3-0 gegen Nürnberg verloren hat, obwohl man sich dachte so, ja okay, das hätte man eigentlich, hätte eigentlich auch nur ein 1-0 oder ein 1-1 sein können und ja, so ist es dann halt manchmal. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Yandi, ne? Wir sind ja hier in der karnevalsreichen Zeit, um schon mal ein bisschen vorauf zu blicken, die drei Punkte mit Schalke, dann die Punkte gegen Nürnberg und auch, man hat zwar Genevekusen verloren, aber man hat davor halt viele Punkte noch gesammelt, Fortuna ist weiterhin in dieser, wenn du willst, diese Formtabelle, die gibt es ja immer wieder hervorgeholt oder auch die Rückrundtabelle kannst du auch dazu raten ziehen, ist Fortuna auf jeden Fall immer wechselnd in den Top 5, Top 6, manchmal auch weiter oben drin. Ist die Rückrunde dafür zu bezeichnen, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden, weil momentan haben wir, glaube ich, jetzt 31 Punkte nach dem Spiel gegen Gelsenkirchen, also sollte da eigentlich alles im Lot sein, oder Micha? Ja, auf jeden Fall und ich denke mal, ja bei diesen Formtabellen, da nimmt man natürlich immer, da fängt man natürlich immer an, erst zu zählen, wenn man die 4, 5 Siege am Stück hatte, weil man davor hat ja Fortuna auch ein bisschen was punkten lassen und ich sag mal so, bis zum 14. Spieltag sah es noch ganz bitter aus, dann kamen halt die letzten 4 Spiele in der Hinrunde wurden gewonnen, dann das erste Spiel der Rückrunde wurde gewonnen und jetzt läuft es halt so, dann gewinnt man mal, dann verliert man mal, mal hat mal Gandhi und ja, ich sag mal so, eigentlich, wir haben jetzt 31 Punkte, wir haben fast doppelt so viele Punkte wie Stuttgart, okay, Stuttgart hat jetzt noch nicht das Spiel gehabt gegen Hannover, ich denke mal so, ich denke mal Stuttgart gewinnt gegen Hannover, dann sind es trotzdem noch 12 Punkte Vorsprung, eigentlich würde ich behaupten, wir sind durch, weil ich glaube nicht, dass Fortuna keinen einzigen Punkt mehr holt, ich glaube Fortuna wird bestimmt noch 2, 3 Spiele gewinnen und dann, und ich glaube auch, dass die Saison auf jeden Fall, ich glaube, die Saison würden sogar 34 Punkte schon zum Klassenerhalt locker reichen, weil die Mannschaften, die unten drin stehen, die holen ja irgendwie nichts und irgendwie läuft das gut für Fortuna und man kann langsam anfangen für die 1. Liga für nächste Saison zu planen. Es hat noch 10 Spiele, das beginnt dann am Montag gegen Frankfurt, da kommt Wolfsburg, da kommt Gladbach, also meiner Meinung nach sind das in der 3 Niederlagen eingeplant, wenn du da raus natürlich mehr als, weiß ich nicht was, wenn du mehr als irgendwie einen Punkt holst, gegen Frankfurt oder Wolfsburg, könnte man einen Punkt holen, wenn du natürlich mehr als diesen einen Punkt aus den nächsten 3 Spielen holst, dann hast du auf jeden Fall mehr erreicht, als man vorher geglaubt hat. Ja, aber selbst wenn man, ich sag mal so, selbst wenn man die nächsten 3 Spiele verliert, müssen ja alle, die unter einem sein, die nächsten 3 Spiele gewinnen. Ja, aber wir sind ja weiter vor. Und dann sind wir trotzdem noch vor denen, weil wir ja trotzdem 12 Punkte vor Stuttgart sind, beziehungsweise je nachdem, wie Stuttgart gegen Hannover spielt. Dann haben wir es ja mehr oder weniger selbst in der Hand gegen Berlin, die sind auch so ein bisschen Ping-Pong, gegen die kannst du auch 3 Punkte holen, ich glaube zwar nicht, dass wir die nochmal so abschießen werden, wie im Heimspiel, aber ich denke, dass da auch 3 Punkte drin sind, gegen Bayern, keine Ahnung, ich rechne mal mit nichts, aber dann hast du Mainz, Bremen, Freiburg, okay, Dortmund wird auch wieder schwer, aber du hast am letzten Spieltag, hast du, selbst wenn es alles schlecht laufen sollte, in den letzten 10 Spielen, verlieren die 9, hast du trotzdem am letzten Spieltag gegen Hannover, wenn meine Rechnung stimmt, alles Glück der Welt, dass du dann dich selbst noch retten kannst, also die letzte Patrone, die gehört auf jeden Fall dir. Ja, ich denke, ich würde ja auch behaupten, selbst wenn, weil die Mannschaften unter uns so wenig Punkten, ich glaube, wenn Fortuna sogar keinen einzigen Punkt mehr holt, würde Fortuna auch nicht absteigen, die würden vielleicht noch auf den 16. Platz fallen, und Relegation spielen, aber ich glaube nicht, dass Fortuna noch absteigt, selbst wenn wir keinen einzigen Punkt mehr holen. Da könntest du natürlich ganz verrückt sein und von der Champions League oder Europa League sprechen. Ja, aber wenn wir Europa League spielen, dann steigen wir in der nächsten Saison auf jeden Fall ab. Und siehe Köln, siehe Freiburg, und die Mannschaften, wo man eigentlich dachte, die landen gesichert im Mittelfeld, dann haben die irgendwie plötzlich Europa League gespielt und sind danach abgestiegen, wo alle dann verwundert waren. Ich glaube es nicht, ich hoffe, dass wir natürlich jetzt noch die 9 Punkte holen werden, dass du die 40 hast, und dann wärst du auf jeden Fall safe. Ich wollte zu den News kommen und da gibt es ein paar freudige Nachrichten. Contento trinkt wieder mit dem Ball, also ist wieder Mannschaftstraining dabei. Leider hat sich Drobny, ja, für die Saison vorbei, der hat sich die Mittelhand gebrochen, wohl bei einer Faustabwehr gegen Nürnberg. Sah zuerst nicht so schlimm aus, er konnte wohl zu Ende spielen, aber den Tag danach sah das Ganze dann nicht mehr ganz so gesund aus. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, bleibt Michael Rensing, geht er? Das haben wir heute schon so ein bisschen während des Spiels diskutiert. Die Quellen sagen halt, Rensing hat mit Fortuna verhandelt und er hat wohl das erste Angebot abgelehnt. Das war wohl 5% weniger als jetzt und halt ein Jahr Vertrag mit der Aussage, die Torwartposition Nummer 1 wird im Sommertrainingslager neu definiert. Das hat ihm wohl so nicht gepasst. Also es war wohl eher die, ja, wie soll ich mal sagen, seine Position im Team und weniger, dass er ein bisschen Gehaltseinbußen hinnehmen müsste. Ja, ich denke mir, wenn Rensing im Sommer geht, fände ich es nicht mal so schlimm. Also eher mit Drobny verlängern? Nein, auch nicht mit Drobny verlängern. Ich würde sagen, mit Wolf hat ja noch seinen Vertrag, glaube ich, und dann einfach noch ein Talent dazu holen, hoffen, dass Wiesner wieder fit ist und dann passt das auch. Ja, auch wenn Rensing jetzt in dem Spiel gegen Schalke die eine Aktion richtig gut gehalten hat, ist es für mich halt kein, Rensing ist für mich halt kein Bundesliga-Torwart. Der ist halt ein guter Zweitliga-Torwart, aber halt mehr auch nicht. Und deswegen finde ich, man sollte mal entweder Wolf spielen lassen oder vielleicht noch irgendeinen 22, 23-jährigen Torwart holen, der irgendwo auf der Bank in der Bundesliga sitzt und den dann als Stammtorwart spielen lassen. Also ich fände ja, wie gesagt, eine Bluterfrischung im Tor fände ich halt sehr cool, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, der Wolf bleibt und planst, wenn der Wiesner wieder fit werden sollte, das weiß man ja auch noch nicht, aber wenn er wieder fit werden sollte, planst du mit dem halt als dritten Keeper oder als zweiten und dann holst du dir einen, bei dem du nicht weißt, der so ein bisschen Wundertüte ist, der jung ist und dann guckst du mal, was da passiert auf der Torwart-Position. Das wäre so meine Einstellung. Es wird aber, glaube ich, nicht passieren. Man wird sich, glaube ich, irgendeinen erfahrenen deutschen Keeper aus dem Ausland holen. Wer das sein könnte, könnt ihr mal bei transfermarkt.de gucken. wie viele deutsche Torhüte denn im Ausland gerade aktiv sind. Niederlande. Fängt mit Well an und hört mit Reuter auf. Wir wollten es doch nicht verraten. Dann schneide ich es raus. Vielleicht auch nicht. Wenn du das schneidest, schneidest du sie nicht raus. Aber was wir auch nicht, was die Schalke gerne rausschneiden würden, wäre die 4 zu 0 Niederlande gegen uns. Die haben erst gegen Nürnberg, äh, gegen Nürnberg. Die haben erst gegen Mainz drei Stück kassiert, heute gegen uns vier. Nächsten Spieltag sind es dann fünf. Und dann darf der Tedesco spätestens gehen. Der hat sich ja jetzt schon abschmeißen lassen mit Feuerzeugen, als er dann in die Kurve gegangen ist. Aber wir starteten in einem 4-1-4-1. War auch, meiner Meinung nach, noch mehr in einem 4-2-3-1 oder 4-3-3. Scheißegal. Ähm, Fortuna spielte auf jeden Fall recht offensiv. Du hast halt ohne Bocek gespielt. Barcourt kam für Stürke rein. Das ist meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Ähm, es war halt wieder Armin Barcourt und wieder so 50-50. 50 Prozent hast du ihn nicht gesehen und 50 Prozent hat er einfach gut gespielt. Kann jeder von ihm halten, was er halt möchte. Ähm, Moranes fehlte halt dann durch die Gelbsperre. Und, ähm, dann hattest du halt Kovnatski links, Luke Bakio in der Mitte, rechts Rahmann. Und, ähm, damit warst du halt dann schon sehr offensiv aufgestellt und dann hast du halt oben im Zentrum halt oft den Barcourt gehabt, der die Passive verteilt hat. Aber diese vier wechselten sich regelmäßig in der Position ab. Ähm, in der 21. Minute nimmt der VR den Luke Bakio-Treffer zurück. Rahmann, ähm, fault da mehr oder weniger. den Schalker spielt dann den schönen Pass auf Luke Bakio, der erzielt ihn dann. Und es war's dann halt auch, dass der, äh, Doktor brücht, den er halt nicht gibt, weil, äh, irgendwie, wie, dass ein Foulspiel hätte sein können. Meiner Meinung nach ist es eine 50-50-Entscheidung. Hätte man nicht unbedingt geben müssen, dass man ihn gegeben hat, ist okay, aber, ähm, dafür hat er das ganze Spiel dann irgendwann wieder angefangen, halt so ähnliche Situationen halt laufen zu lassen. Also, ich hab da keine Ahnung, Micha. Ja, das war halt eigentlich ein Zweikampf von Rahmann. Also, Rahmann hat halt so die Fink-Gedächtnis-Grätsche rausgepackt, wo ich mir, wo ich im ersten Moment dachte, so, war das jetzt der Fink oder war, äh, war das Fink, war das so Bodka und dann, nee, das war der Rahmann, der dann gut den Ball gewinnt und, ähm, dann den schönen Pass auf, äh, Luke Bakio spielt, aber dann war es dann, die Grätsche, da war dann doch anscheinend zu hart und, ähm, deswegen wurde es dann durch den, äh, Videoassistenten zurückgenommen. Ähm, ja, wo ich mir denke, das kann man pfeifen, ähm, beziehungsweise kann man zurücknehmen, muss man nicht unbedingt zurücknehmen, aber im Endeffekt, ähm, ja, wenn man das Endegebnis sieht, eigentlich auch scheißegal. Eure Meinung und Feedback gerne an projektmegafonpodcast.gmail.com Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook, dort auf Facebook haben wir auch die Megafon95 Gruppe, dort könnt ihr dann mit uns diskutieren, euch ein paar News abholen und natürlich auch Teil unserer Community werden und entscheiden, was wir im Podcast besprechen und uns ein paar Denkanstöße geben. Ihr könnt uns auch gerne über die E-Mail einen 30 Sekunden Voice schicken, den würden wir dann auch abspielen. Natürlich freuen wir uns auch über eure Fünf-Sterne-Edition auf iTunes, die hilft uns sehr noch größer zu werden, wachsen zu können und die lesen wir dann natürlich auch vor und werden so ein bisschen, falls ihr da eine Frage reinstellt oder eine Meinung äußert, auch darüber diskutieren. In der 34. Minute war es dann soweit, Handelfmeter nach Video Assistant Referee, VAR, wie der mich so schön ins Skript reingeklatscht hat. Ja, Beschreibung ist so ein bisschen, der Rabban flankt die Mitte, auf jeden Fall Luke Bakio und Nastasic, ja, der geht halt mit der Hand zum Ball, in der Realzeit sah das so ein bisschen aus, als wäre das der angelegte Arm aus dem Lauf gewesen, so der rechte Arm, aber in der Zeitlupe saß und dann wirklich, oder andere Kammerperspektive hätte gereicht, dass er dann halt die linke Hand so ein bisschen komisch bewegt und versucht, den Ball dann zu erwischen. Luke Bakio macht den Halt eiskalt unten links oder halb unten links, ich habe keine Ahnung, der Nübel war auch fast dran. Michael, so muss man einen Elfmeter schießen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter aus dem Lehrbuch. Der Torwart war in der richtigen Ecke, konnte ihn trotzdem nicht halten, weil da zu viel Power war und ja, die Aktion vorher, wo Kovnacki den Pass abfängt, dann schön den Rahman schickt, Rahman flankt dann in die Mitte auf Luke Bakio und komplett freisteht und Nastasic geht da halt mit der Hand hin und wo ich schon beim Pass bin ich schon aufgestanden und habe geschrieben Hand, weil meines Erachtens war es halt ein klares Handspiel. Nach der ersten Wiederholung dachte ich mir so, so klar war das gar nicht, weil ich dachte, der wäre mit dem rechten Arm dran, aber dann wie du schon sagst, aus der anderen Kameraperspektive hat man gesehen, dass der den linken Arm richtig absichtlich rein, also das war für mich das Beispiel für ein klares Handspiel, weil der wollte einfach den Passweg zumachen mit dem Arm. Ich finde, das ist aber auch ein top Beispiel dafür, in welchen Situationen der Video Assistant Referee helfen kann. Der Bericht stand ein bisschen rechts hinter ihm im Rücken, der hat halt nur gesehen, dass der den rechten Arm hatte, den linken Arm hat er so gar nicht wahrgenommen und so hilft er in der Situation ein etwas gedeckteres, versteckteres Foulspiel Handspiel halt zu erkennen. Ich finde es halt überragend, was mir halt nicht gefällt, ist, wenn du halt eh so 50-50 Entscheidungen hast und der Video Assistant Referee dann eher dagegen eingreift gegen die 50-50, das ist so ein bisschen dann mein Problem damit. Micha, wir haben jetzt über das 1-0 gesprochen, schreib mir nochmal das 2-0 von Kovnatski. Ja, das 2-0 war halt dann richtig gut gemacht vom Rahmann, der den Pass dann im Mittelfeld kriegt, den Gegenspieler dann mit der Ballannahme direkt tunnelt, dann läuft er zwei, drei Meter, sieht das, Kovnatski auf den Flügel reinzieht und spielt dann den perfekten Ball. Ja, Kovnatski dann vorm Torwart und schiebt das Ding dann problemlos rein. War eine überragende Vorbereitung von Rahmann und ja, Kovnatski macht das, wofür wir ihn geholt haben, die Dinger einfach eiskalt reinzumachen. Aber der hat auch eine Ruhe, also auch später dann beim 4-0. Der nimmt den Ball an mit links, macht den Schritt mit rechts und der hat die Ruhe, die Übersicht und macht den dann eiskalt. Das ist einfach, weiß ich nicht, der hat auf jeden Fall eine Qualität und wenn du, selbst wenn die, das höchste, was ich jemals gelesen habe, bei der Kaufoption 12 Millionen sind, zieh die einfach und verkauf den mit 8 Millionen. Verkauf den für 20, und macht 8 Millionen und gewinnen. Scheißegal. Aber der hat auf jeden Fall, ich sag mal so schön im Englischen, a diamond in the roughs. Ja, ich denke auch, das ist, weil die Kaufoption wird ja irgendwie gehandelt zwischen 5 und 12 Millionen. Eigentlich muss man den kaufen. Okay, der hat jetzt, sag ich mal, ein sehr gutes Spiel gemacht. Die anderen Spiele waren so, ja, ein bisschen warm laufen. Es war aber auch ein bisschen durch den Gegner bedingt. Also er kam halt nach dem Trainingslager. Nürnberg war echt für jeden Stimmen ein Scheißspiel. Vor allem er ist ein dynamischer Spieler, er braucht Tempo, er braucht, er platzt hier unbedingt, aber er braucht Tempo. Gegen Nürnberg war halt alle mal den 16er und dann lass die ruhig die Dinger reinhauen, wir holen die schon irgendwie da raus. Ball, den auch Nübel rausgeholt hat nach dem 3-0. Vor allem das Tor durch Rahman. Lukabaki überhauptet den Ball und schickt dann den mitlaufenden Rahman. Rahman macht das Ding überragend rein. Er kann mehr als nur Joka. Ja, das ist ja das, was man oft hört bei Fortuna-Fans, dass sie froh sind, wenn Rahman als Joker reinkommt. Aber in dem Spiel hat Rahman halt bewiesen, dass er halt auch mehr kann, als irgendwie die letzten 20 Minuten gefährlich zu sein. Und ja, in dem Fall war es dann, dann hat Rahman nicht die Vorbereitung gespielt, sondern hat dann den guten Pass von Luke Bakio bekommen, nimmt den Ball dann sogar meiner Meinung nach relativ scheiße an, muss den dann sich erstmal nochmal vorlegen, aber weil die Schalker so weit weg sind, hat er dafür genug Zeit. Der hätte davon auch so ein Rheinpark gekämpft. Ja, es war so dieses, die Annahme war nicht ganz so gut, dann legte sich den nochmal vor und dann schießt er einfach aufs lange Eck und der Ball ist drin. Wie dir Lothar Matthäus vor ein paar Wochen mal gesagt, der, was hat er gesagt? Der geht pinkeln, holt sich eine Bratwurst, ließ sich eben das Stadionheft durch und hat immer noch Zeit zu flanken. Großartig. Ich liebe Lothar Matthäus, also der Hauptsprüche raus, die sind einfach nur großartig. Dann heirate ihn doch, wenn er so toll ist. Ich bin ein bisschen zu alt für ihn, mit meinen Ende 20. So wie du aussiehst, dachte ich, du wärst schon 80. Dankeschön, aber Lothar Matthäus steht nur auf U18. Das war falsch. No reaction is the best reaction und du hattest das Gefühl, dass Schalke gar nicht mehr reagiert. Das Fehler durch Kovnaki war Usami, er hat ein paar gute Zähne gehabt. Der läuft so ein bisschen unterm Licht momentan bei uns, weil wir einfach so viel Offensivpaum momentan haben, was mir so für ihn ein bisschen leidtut. Ich mag ihn, ich finde ihn sympathisch. Ich wollte mich schon ein paar Mal mit ihm unterhalten und ich hoffe natürlich, dass es für ihn bei uns weitergeht. Ansonsten gibt es hier auch Gerüchte, dass da so ein Verein in Japan mit einem weiß-schwarzen Logo gestreift, wo auch drei Weltmeisterspielen momentan an dem sehr interessiert sind, ihn dann im Sommer zu verpflichten aus Augsburg, aber dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Er machte auf jeden Fall die Vorarbeit, er schießt einfach drauf von der rechten Seite, der Torwart kann ihn halt nur abprallen lassen und Kovnacki, hast du ja eben schon beschrieben, ist dann einfach da, hat Platz, hat Zeit, schiebt ihn ein und macht dann auch den Sack zu. Ja, bei Kovnacki war das in dem Moment auch so, dass er eigentlich den Ball unglücklich irgendwie an den, also, dass die Annahme irgendwie unglücklich ist und der dann aber den Schritt noch zurückläuft und dann die Übersicht hat und nicht blind draufballert, sondern sieht, okay, der Verteidiger steht in der Mitte vom Tor, der Torwart steht rechts vom Tor, schiebe ich den Ball einfach ganz easy links in die Ecke rein und macht das Ding dann und hat wieder seine Qualität gezeigt, die er hoffentlich noch häufiger zeigen wird in dieser Rückrunde. Er hat halt die Zeit eben noch einen Tiski zu trinken und dann macht er halt das Tor. Ja, und dann war es halt Schalke 0-4 und das vierte Tor und kann man mal machen. Wir fahren halt wirklich nach Hause. Würde ich einfach mal sagen, kommen wir so ein bisschen zum Fortuna des Spiels. Also beim Fortuna des Spiels ist auf jeden Fall Kovnatski. Der hatte halt zwei geile Pässe gespielt, hat zwei Tore geschossen, also zwei Vorlagen, zwei Tore, meiner Meinung nach oder Assists, sagt man ja heutzutage. Er hat ja sein überragendes Spiel gemacht. Ich hoffe natürlich, dass er da jetzt demnächst auch weiter anknüpfen kann. Heute nicht so gut gefallen hat mir unser Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann, der hat viele schlampige Pässe in die Mitte gespielt. Da war halt irgendwie, weiß ich nicht, der wirkte ein bisschen platt. Vielleicht müsste da irgendwie mal, dass er irgendwie mal ein Spiel pausiert oder irgendwie mal im Training ein bisschen zurückfährt. Keine Ahnung, irgendwie wirkte der heute platt. Ja, für mich war mein Spiel, also Spitz, war Benito Rahmann. Der hat das erste Tor, was nicht gezählt hat, überragend vorbereitet mit seiner Grätsche und dann dem typischen Pass, der den Elfmeter rausgeholt mit seiner Flanke, die dann auf Luke Backe gekommen ist, wo Nassaric die Hand reinbringen musste und ja, selber noch ein Tor gemacht. Ja, das Tor vom Kovnatski, das erste noch überragend vorbereitet, indem er im Mittelfeld den Schalker getunnelt hat. Ja, deswegen, im Prinzip hat er drei Tore vorbereitet, eins selbst geschossen. Ja, das eine war dann halt ein Elfmeter und das andere hat nicht gezählt, aber trotzdem hat mir Rahmann in dem Spiel sehr, sehr gut gefallen und ja, gerne häufiger von Anfang an und nicht nur als Joker. Teilt unseren Beitrag und schreibt gerne euren Fortunnel des Spiels darunter und wir würden uns freuen, mit euch nochmal darüber diskutieren zu können. Es ist schwierig am Montag natürlich gegen die Eintracht aus Frankfurt und du hast halt den Fan-Protest, der eingekündigt ist gegen Montagsspiele, aber was uns halt eigentlich ein bisschen mehr interessiert, das sind halt die Stärken von Frankfurt. Die haben halt jetzt 47 Tore geschossen, sind damit unglaublich weit vorne in der Liga, haben eine unglaubliche Stabilität in der Abwehr, Hasebe macht da einen überragenden Job. Micha, was können wir eigentlich tun, damit wir da uns nicht nochmal verprügeln lassen? Ja, das Hinspiel war ja sehr, sehr schade, sage ich mal, da hat man sieben Stück kassiert. Ich denke, so viel wird man nicht nochmal kassieren, aber trotzdem glaube ich, das wird ein sehr, sehr schweres Spiel und ich glaube auch nicht, dass Fortuna da Punkte holt gegen Frankfurt. Jeder Punkt in dem Spiel ist meiner Meinung nach ein gewonnener Punkt, aber ich rechne mir da eigentlich nichts aus. So, Michael, jetzt so ein bisschen mein Fail der Woche ist halt so ein bisschen, dass der KFC Oettingen nächste Saison, 19, 20, bei uns in der Arena spielt. Natürlich kannst du jetzt viel darüber argumentieren und ich habe auch einen, ich muss mal kurz mein Statement raussuchen, ich habe da was vorbereitet, wie man das halt sehen kann, wenn du halt ein, wenn du halt ein Nicht-Fan bist, ne, wenn ich jetzt mit meinem Arbeits-Ich darüber nachdenke, ist halt, Fortuna hat halt das Stadion halt nicht 365 Tage gemietet, sondern die mieten die halt für gewisse Events und das Stadionmanagement geht halt hin und vermietet die Zeit dazwischen, weil eigentlich ist es egal, was dazwischen passiert, sei es Konzerne, Konzerte, Veranstaltungen, Messe, keine Ahnung und die kommen halt darauf für auf, dass wenn Rasen zerstört wird oder Aufbauten gemacht werden müssen, dass die wieder abgebaut und wieder aufgebaut werden. Darum kümmert sich das Stadionmanagement und denen ist es halt vollkommen egal, wie die das Stadion auslasten, Hauptsache, die kriegen es ausgelastet. Was man so aus Insider-Kreisen hört, ist, die zahlen mehr, als wir jetzt zahlen, die werden die 15.000, die im Raum stehen, nicht in das Stadion kriegen regelmäßig, damit man sagt, das rentiert sich, nur an Kartenverkäufen, dass es auch mit weniger geht, das hat die Fortuna schon bewiesen, wenn du halt dann Getränke und Merchandise verkaufst, kriegst du das auch irgendwie hin, aber die Frage ist halt, hätte das Stadionmanagement nicht wenigstens zur Fortuna hingehen müssen und sagen so, ey Leute, hört mal zu, nur dass ihr Bescheid wisst, wir verhandeln gerade mit Oerlingen, dass die nächste Saison hier spielen. Ich persönlich, mir ist es egal, ob die das spielen oder nicht, ich weiß jetzt, kommen wieder viele Kommentare, die könnt ihr auch gerne unter das Video schreiben, was ihr davon haltet, gibt es auch ein paar Leute, die sagen, ja jetzt stehen die bei uns in der Südtribüne, bla bla bla, aber Micha, was ist deine Meinung? Irgendwie weiß ich nicht, ich fühle mich so ein bisschen gespalten. Ja, an sich finde ich es, ich finde es nicht so schlimm, dass Uerdingen nächste Saison in unserer Arena spielt. Das war ja damals bei Leverkusen eigentlich auch kein Thema. Ja, ich sag mal so, es wäre schon interessant, wenn Uerdingen aufsteigt und Fortuna absteigt, in der eigenen Arena ein Auswärtsspielmann zu haben, aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ja, ich denke mir, ja es ist doch gut, wenn das Stadion ausgelastet ist und ja, ich habe da auf jeden Fall nicht so den Hass gegen Uerdingen, dass die, die treten ja den Rasen kaputt und was ich da alles gehört und gelesen habe. Das ist halt, die Arena in Düsseldorf ist halt kein Fortuna-Stadion, sondern ein Stadion von Düsseldorf und das merkt man dann halt in so Situationen, dass dann, dass dann halt auch mal eine andere Mannschaft spielt in dem Stadion oder dass der Stadionname dann nicht entsprechend dem ist, was sich Fortuna Düsseldorf wünscht oder Events da auch vielleicht mal drin sind, die Fortuna Düsseldorf sich nicht wünscht, aber Fortuna kann sich halt ein eigenes Stadion nicht leisten und dann ist es halt so. Also man könnte theoretisch, also man hat im Vertrag eine Klausel, dass man die Arena auslösen könnte bis glaube ich 2033 oder sowas, könnte Fortuna die Arena für glaube ich 200 Millionen kaufen. Die sollen das Geld lieber in Spieler investieren. Nein, also ganz ehrlich, mir ist doch, mir persönlich, da werde ich mich auch wieder unbeliebt machen, ist scheißegal, wie das Stadion heißt. Ich nenne das Ding einfach Arena und damit ist die Sache gegessen. Und mir ist auch scheißegal, ob da jetzt Uerding drin spielt oder Leverkusen drin spielt oder sonst wer drin spielt. Solange die Betreiber sich darum kümmern, dass der Rasen entsprechend gut ist, ist mir auch scheißegal, wer da sonst drin spielt oder was da sonst für Konzerte, Events oder ob Oma Eierlaufen drin ist. So ist mir scheißegal, solange der Rasen, wenn es drauf ankommt, halt entsprechend ist. Das ist so dieses Facebook-Kommentare lesen. Dann möchte ich wieder alle mal wachrütteln, was nett formuliert ist für Aufs Maulhorn und das ist so, wie gesagt, mir ist halt scheißegal, was in der Arena passiert, mir ist halt wichtig, was in der Arena passiert, wenn Fortuna spielt und der Rest ist halt Sache der Stadt Düsseldorf und nicht von Fortuna Düsseldorf. Wie gesagt, teilt uns, liked uns, liebt uns eure Meinung und Feedback zu den Themen gerne in unserer Mega595 Gruppe oder bei YouTube in die Kommentare. Diesen weitere Links findet ihr natürlich in der Beschreibung. Die Filmstelle, zu sehen uns auf iTunes bitte, Leute. Ich weiß, ich bettel mittlerweile darum, aber den Link haben wir auch in den Shownotes drin und es gibt es natürlich in jedem Podcatcher, falls ihr uns über YouTube hört, auf Soundcloud, Stitcher, Apple Podcast, dort finden sie uns also überall. Ich kann jetzt leider deinen Vornamen nicht aussprechen. Ich will einmal die Webgang recraften. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fühle ich angesprochen und fühle dich gegrüßt. Wir haben deinen Kommentar zur Kenntnis genommen. Nur, ob wir das so umsetzen können, da sind wir gerade noch so ein bisschen... In dem Kommentar geht es halt darum, dass wir bei YouTube nur unser Titelbild haben und nicht, sage ich mal, ein wechselndes Bild haben oder auch kein Video in dem Sinne. Aber wir beide sind halt selber überrascht, dass es halt doch mehr Leute über YouTube konsumieren als über den Podcatcher, weil eigentlich ist es ja ein Podcast. Ja, meine Idee oder was ich halt vorhabe, weil ich mich ja um das Schneiden des oder um das Hochladen des Podcasts kümmere, ist... Ich habe das registriert, dass man da vielleicht auch ein paar mehr Bilder oder ein bisschen mehr und das Video dazu ein bisschen interessanter gestalten kann als nur mit dem mit dem Titelbild. Aber erwartet jetzt nicht von 0 auf 100, dass das jetzt super irgendwelche Animationen sind, aber es ist registriert und ich werde versuchen, da mehr draus zu machen. Aber wie gesagt, habt da Geduld, weil mit Arbeit und Verpflichtung, was halt Freundinnen und so angeht, geht das nicht für jedes Video, aber wir versuchen, uns da auch visuell zu bessern. Wir arbeiten dran. Ursprünglich war YouTube eigentlich für uns nur ein Promotion-Tool, um die Leute halt zum Podcatcher zu kriegen, aber irgendwie keine Ahnung. Ja, wir sind selber überrascht, dass die meisten Leute uns halt doch über YouTube konsumieren und nicht über den Podcatcher und daran müssen wir uns dann oder versuchen wir uns jetzt in den nächsten Wochen auch anzupassen. Wo ihr euch auch noch drauf freuen könnt, ist entweder Freitagabend oder halt am Samstagmorgen kommt für euch ein Special zu unserer zweiten. Das werde ich jetzt kommende Woche mit dem Jens aufzeichnen. Den Jens, den kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal bei der zweiten wart. Der ist Stadionsprecher und ist auch für den VIP-Container zuständig. Ich versuche dann mit ihm wieder wie immer so ein bisschen das, was gerade am zweiten passiert, so ein bisschen einzufangen und für euch raufzubringen. Ich fand es immer sehr interessant und wenn ich mir jetzt unser Skript angucke, was wir vorbereitet haben, sind da auch schon wieder einige interessante Sachen drin, die es sicher auch nicht unbedingt komplett um die zweite gilt. Also lohnt es auf jeden Fall reinzuhören und ja, Micha, wenn du nichts mehr hast... Ja, ich sag mal so, wenn es um die zweite geht, das ist ja auch teilweise die Zukunft von Fortuna, da kann man auch was über Talente, die noch in der zweiten Schlummern erfahren, also gerne reinschalten. So, und wie gesagt, teilt uns, liked uns, liebt uns, erzählt uns eurem Vater, eurer Mutter, alle, die irgendwie YouTube und ein Podcatcher und ein Handy bedienen können. Und dem Hund. Erzählt allen, die irgendwie einen Podcatcher bedienen können, ladet es auf, zig Geräte runter, ich hab keine Ahnung. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt und wir fangen wieder an am Ende des Podcasts, wenn es über 30 Minuten geht, zu viel Scheiße zu erzählen. Ich bin der Wampendribbler und mein Partner ist natürlich der Micha Deschwensky8. Bis dahin, eine schöne Zeit, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ein guter Kick in die Runde. Ja, ich weiß, du erwartest, dass ich jetzt irgendwas drumes sage, aber ich... Das machst du doch den ganzen Podcast schon. Puh. 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 Puh.